Hi, schön, dass du da bist. Heute geht es um das Thema Muskelaufbau zu Hause. Eventuell rümpfen einige Fitnessprofis unter euch jetzt die Nase, denn ihr wisst, um Muskeln aufzubauen, müsst ihr immer wieder neue Reize setzen. Im Fitnessstudium ist es natürlich easy, einfach Gewicht erhöhen. Aber wie gelingt Muskelaufbau zu Hause? Ist das überhaupt möglich? Dem gehen wir jetzt auf den Grund. Fangen wir mal ganz vorne an. Damit deine Muskulatur wächst, braucht sie einen Reiz. Dabei ist es deinem Muskel völlig egal, wie du ihn belastest. Ob du jetzt eine Liegestütze zu Hause machst oder im Studio Bankdrücken mit Kurzhantel oder mit Seilzug. Egal, dein Muskel reagiert auf den mechanischen Reiz. Als Fitnesseinsteiger bist du jetzt zu Hause vielleicht gut damit beschäftigt, 10 saubere, freie Liegestütze zu schaffen. Was aber, wenn das für dich ein Klacks ist? Dann braucht deine Muskulatur neue Reize, um zu wachsen. Und jetzt einfach 20, 30 oder 50 Liegestütze zu machen, ist nicht die Lösung. Denn dann würdest du in den Krafttrainingsbereich kommen oder vielleicht sogar in den Kardio-Bereich. Aber eben keine Muskeln aufbauen. Also liegt deine Lösung darin, den Reiz zu variieren. Mach die Liegestütze mit erhöhten Beinen auf einer Bank oder versuch dich an einarmigen Liegestützen. Denn auch wenn du 50 Liegestütze schaffst, bedeutet das nämlich nicht, dass du eine einzige Einarmige schaffst. Ist es also möglich, zu Hause Muskeln aufzubauen? Ja, aber. Zugegeben, es gibt ein Aber. Wenn dein Ziel ist, auf Bodybuilder-Level zu kommen, richtig dicke Muskeln aufzubauen, ja, dann solltest du vielleicht wirklich ins Gym gehen. Das wirst du zu Hause alleine wahrscheinlich nicht schaffen. Wenn du aber einen trainierten, definierten Körper möchtest, die Strandfigur, den Sixpack, dann kannst du das zu Hause durchaus schaffen. Und das Bodyweight-Training fördert und fordert auch Koordination und Ausdauer. Es macht dich einfach rundum fit und ist trotz seiner Einfachheit technisch anspruchsvoll. Die intermuskuläre Koordinationsfähigkeit wird bei manchen Übungen stärker gefördert als zum Beispiel beim Gerätetraining. Ein Liegestütz ist für deinen Körper koordinativ viel schwieriger als das Drücken einer Langhantel. Und das wirkt sich mit der Zeit eben positiv auf die funktionellen Fähigkeiten deines Bewegungsapparates aus. Beim Homeworkout musst du also kreativ werden. Such nach Alternativen und Möglichkeiten zur Steigerung. Und dann ist es auch möglich, zu Hause Muskeln aufzubauen. Wenn du einen Beweis dafür willst, dass du auch ohne Mega-Gewichte einen richtig trainierten Körper haben kannst, dann schau dir mal die Körper von Calesthetics-Sportlern an. Ein Traum. Mein absolutes Highlight bei den Vorbereitungen für dieses Video. Ich habe es ja zu Beginn schon angesprochen. Um auch als jemand mit einem guten Trainingslevel weiterhin zu Hause Muskeln aufbauen zu können, musst du dein Trainingslevel regelmäßig erhöhen bzw. neue Reize setzen. Wie gelingt dir das? Dazu möchte ich dir verschiedenes Equipment vorstellen. Du hast sicher viele Dinge zu Hause, die du zum Trainieren nutzen kannst. Du hast einen Stuhl für Dips, eine Bank, um deine Beine bei der Plank oder der Liegestütze zu erhöhen zum Beispiel. Oder du hast eine stabile Box, mit der du ein paar Cardioübungen machen kannst. Es müssen auch nicht unbedingt Handeln sein, sondern es reichen zum Beispiel ganz einfach Wasserflaschen, die du befüllst. Und wenn dir jetzt eine zu wenig ist, ja dann nimm einfach ein paar mehr, pack die dir in den Rucksack und den wiederum kannst du dann bei Squats oder bei Ausfallschritten anziehen und somit das Ganze erschweren. Wir zeigen dir auch noch in einem weiteren Video tolle Übungen, wie du eben zu Hause trainieren kannst und wie du das immer steigern kannst. Schau da gerne mal rein. Und wenn du bereit bist, doch ein bisschen Geld auszugeben, dann sind solche Minibands oder auch Superbands eine super Wahl. Denn die werden gerne auch als das kleinste Fitnessstudio der Welt bezeichnet. Und das stimmt vollkommen. Damit kannst du fast jede Übung erschweren und das eben auf den verschiedenen Fitnessleveln. Außerdem sind sie ideal für dein Stabilisationstraining. Und wenn du doch noch mehr Gewicht möchtest, dann lohnt sich vielleicht auch die Anschaffung von Kurzhanteln oder einer Kettlebell. Die sind inzwischen auch sehr platzsparend. Es gibt sogar verstellbare, drehbare Handeln, die du mit einem Handgriff auf verschiedene Gewichte einstellen kannst. Super praktisch und ideal, um einfach immer wieder neue Trainingsreize zu setzen. Ja, mit diesen Tipps gelingt dir der Muskelaufbau auch zu Hause. Und wenn du regelmäßig trainierst und auch auf deine Ernährung achtest, ja, dann steht deiner Topform einfach nichts mehr im Weg. Wir unterstützen dich gerne dabei. Lade dir zum Beispiel unser kostenloses E-Book zum Thema Trainingsplan erstellen herunter. Oder schau dir unsere Videos an. Darin geben wir dir zig Tipps, was du beim Muskelaufbau beachten musst. Einfach Kanal abonnieren. Ja, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und Erfolg beim Training und hoffentlich bis bald.